Wir stellen uns eine Zukunft vor. Und unsere Vorstellungen schockieren uns. Aber sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen, wenn sie sie einsetzen. Mit Theorie kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl. Wird irgendjemand... ...jemals... ...die Wahrheit darüber erzählen... ...was hier passiert. So. ... ... ... ... Vielen Dank.